Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann in Rostock in Norddeutschland. Das liegt aus folgendem Grund, weil ich aus Norddeutschland stamme. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und auch in Schleswig-Holstein, Ytzehoe, haben wir mal gewohnt und von daher ist es immer schön, wenn man wieder in den Norden kommt, im Norden von Deutschland. Ja, ich war in den letzten acht Jahren Pastor der Adventgemeinde in Mannheim, in Baden-Württemberg und jetzt im Sommer sind wir jetzt woanders hingekommen. Ich bin jetzt freigestellt 50 Prozent als Evangelist für Baden-Württemberg und darüber hinaus und auch 50 Prozent für die Gemeinde in Leonberg. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Warum? Weil im Großraum Stuttgart ist es sehr schwierig, Wohnungen zu finden. Wir haben noch keine gefunden, wir suchen schon seit einem halben Jahr und ja, da müssen wir immer noch ein bisschen hin und her fahren und ein bisschen pendeln. Ich bin verheiratet, meine Frau ist Schweizerin, ist ein bisschen weiter südlich und wir haben eine Tochter, die Rahel, sie ist 27 Jahre alt. Ich darf herzlich Grüße ausrichten, Sie wären auch gerne hier mit da gewesen, aber es war zeitlich nicht möglich. Ja, ich freue mich auf die nächsten Tage, dass wir hier gemeinsam einige wichtige Themen, Dinge, die in unserer heutigen Weltgeschehen mal durchdenken und anschauen können. Es ist einiges los in unserer Welt und es ist wichtig, dass man mal schaut, was kann man so ein bisschen Hintergründe darüber erfahren und sich da Gedanken drüber zu machen. Vor allen Dingen über die Frage der Schuldenkrise, Finanzkrise, Kapitalismus. Wohin führt das? Ich denke, wir sehen momentan, dass Veränderungen in der Welt geschehen, die weitreichende Folgen haben werden. Wir haben gesehen, wie der Kommunismus zu Ende ging. Das hat sich angebahnt, aber es ging mit einem Mal ganz schnell, vor 27 Jahren. Und jetzt sehen wir, dass der Kapitalismus beginnt, zu Ende zu gehen. Die Frage ist, wie geht es weiter? Wann wird eine Wende kommen und was kommt danach? Das ist gar nicht so einfach. Ich bin kein Prophet, aber es gibt so einige Hinweise, die wir heute Abend auch anschauen möchten. Kapitalismus am Ende. Das ist das Thema von heute Abend. Sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt hoffen auf Zukunft. Und ich weiß nicht, wenn man heute Kinder in die Welt setzt, was diese Kinder noch für eine Zukunft haben werden. Geht der Menschheit die Puste aus? Geht unserem System die Puste aus? Wie sieht es mit der Finanzkrise aus, mit unseren Finanz- und Wirtschaftsproblemen? In Deutschland haben wir noch einigermaßen gute Zahlen, aber darüber hinaus Ausschreitungen. In Ländern, wo es finanziell nicht so gut aussieht wie in Deutschland, sind sie bereits oftmals an der Tagesordnung. Wird es eine neue Weltordnung geben? Schon öfters wurde von der neuen Weltordnung gesprochen. Sie wurde herbeigeredet. Wie geht es weiter? Wird es eine Vereinigung der Weltreligionen geben? Gibt es eine Gefährdung des Weltfriedens? Große Veränderungen, Krisen, Zusammenbrüche eines Systems bringen immer Risiken mit sich. Und wir sehen, dass auch in den letzten Jahren der Friede in der Welt nicht unbedingt zugenommen hat. Ich denke, die Bibel hat da einige Antworten. Wir werden ganz am Ende von unserem Vortrag auch da hineinschauen und gucken, was da vielleicht drinstehen könnte für unsere heutige Zeit. Es gibt hochaktuelle Prophezeiungen, die unsere heutige Zeit betreffen und die die Zukunft betreffen. Ich möchte zunächst einmal einige Hintergründe aufzeigen unseres heutigen Finanzsystems. Das geht in Punkt 1 um den Zerfall der gegenwärtigen Weltordnung. Zweitens über die Übergangszeit. Wir leben momentan in einer Zeit, in einer Zwischenperiode zwischen einem System und einem neuen System. Und warum das so ist, schauen wir uns Punkt 2 an. Drittens die neue Weltordnung. Wohin führt das neue System? Was wird es beinhalten? Und drittens, was sagt die Bibel dazu? Die biblische Prophetie. Zum ersten Punkt. Zunächst einmal einige Hintergründe unseres heutigen Finanzsystems. Wenn wir sehen, warum der Kapitalismus zu Ende geht, müssen wir auch verstehen, wie der Kapitalismus aufgebaut ist. Natürlich ist der schon länger als im Zweiten Weltkrieg, schon älter als der Zweite Weltkrieg. Aber unser heutiges System beruht auf einer Übereinkunft, die es gab zwischen den 44 Staaten, die sich getroffen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar im Juli 1944 in Bretton Woods. Und sie haben dann geschaut, wie sie das Finanz- und Wirtschaftssystem der Zukunft gestalten können. Weil man merkte, dass das alte System, was vor dem Zweiten Weltkrieg und auch während des Zweiten Weltkrieges da war, nicht für die neue Zeit ausreichend war. Es gab Pläne von Keynes und White, ein Amerikaner und ein Engländer. Die hatten Pläne vorgelegt und die wurden diskutiert und auch angenommen. Die Grundlagen waren eine stabile Wechselkurse zwischen den Währungen der verschiedenen Länder. Der Dollar war die Weltleitwährung. Das heißt, nachdem sich alle anderen orientiert haben, der Goldkurs wurde festgelegt. Mit einem Unze Gold auf 35 Dollar und es wurde ein Goldstandard festgelegt. Das heißt, dass jedes Land so viel Geld, wie es druckt, auch an Wert an Gold irgendwo liegen haben muss. Das heißt, dass das Geld, was eigentlich ja nur Papier ist, aber einen Gegenwert haben muss in Gold. Dadurch hat man vermeiden wollen, dass ein Land einfach zu viel Geld druckt, was nicht geschützt ist oder was nicht gedeckt ist und was dann einfach irgendwo Inflation oder andere Probleme mit sich bringen könnte. Und man hat eine Weltbank und den IWF, den Internationalen Währungsfonds, gegründet, der das Ganze kontrollieren soll, steuern soll und in die richtigen Bahnen lenken. Das ganze System hat auch ganz gut funktioniert. Die Auswirkungen waren, in Europa gab es ein Wirtschaftswunder. Europa lag am Boden und wir wissen auch in Deutschland, 50er Jahre ist Wirtschaftswunder. Das kam durch dieses neue System. Man hatte Freiheit, man hatte stabile Rahmenbedingungen und das hat dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft, die auch vor dem zweiten Weltkrieg ja recht stark schon war, wieder in Schwung kam. Nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa. Die USA aber haben die Spielregeln bestimmt, weil der Dollar und die amerikanische Wirtschaft den Ton angegeben hat. Und wer die Spielregeln bestimmt, der hat natürlich am meisten Profit davon. Das heißt, sie haben am meisten davon profitiert und sie waren am stärksten und sind dadurch noch stärker geworden. Die Sowjetunion und der Ostblock haben sich distanziert. Sie haben nicht mitgemacht. Die haben gesagt, wir finden die Spielregeln nicht gut und sind ausgestiegen. Deswegen gab es den Westblock und den Ostblock und dazwischen gab es fast keine Beziehungen, auch keine finanziellen oder Handelsbeziehungen, weil die Spielregeln gegenseitig nicht akzeptiert wurden. Die Entwicklungsländer sind stark benachteiligt, weil sie hier einfach nicht vorkamen. Man hat billig Rohstoffe eingekauft, man hat die dann verarbeitet und die Industrie der ersten und zweiten Welt haben Dinge produziert und die Waren wurden denn teuer in die dritte Welt wieder verkauft und die Entwicklungsländer hatten keine Chance hochzukommen. Fast alle Länder haben dann den Dollar als Geldreserven gekauft und dadurch war Amerika noch stärker geworden. Warum? Weil wenn Amerika Geld druckt und an alle Länder verkauft das Geld, dann haben sie sehr viel Einnahmen. Nur allein dadurch, dass die Länder den US-Dollar von den Amerikanern gekauft haben. Deswegen waren die Amerikaner wirtschaftlich unglaublich stark. Denn die Währung, die die Weltleitwährung ist, das ist die Währung, die die meisten Länder auch als Reserven liegen haben, falls man ihre eigene Währung in Schwierigkeiten kommt. Und so war eben der Dollar so stark. Und der Geldumlauf war nicht begrenzt. Das heißt, man hat Freiheiten gelassen. Das ist das System, was in Bretton Woods ausgehandelt wurde und was auch recht gut funktioniert hat. Aber nur eine Zeit lang. Der erste Einbruch, der erste Knick kam 1973. Da war nämlich die Ölkrise. Vielleicht erinnern Sie sich, ich weiß noch, ich war damals gerade ein Kind und dann hat man gesagt, sonntags Autofahrverbot. Und dann konnten wir auf der Autobahn spazieren gehen, weil kein Auto, keine Autos gefahren sind. Der Ölschock. Und weil bei der Ölkrise jetzt das alte System nicht mehr funktioniert hat, musste man einige Drehschrauben verändern. Und zwar die stabilen Wechselkurse und der Goldstandard wurden aufgegeben. Das heißt, dass auch die Währungen über manche Grenzen hinaus verändert werden konnten. Und der Goldstandard wurde aufgegeben. Das heißt, dass man jetzt mehr Geld drucken durfte, als man Gold im Keller liegen hatte. Das haben vor allem die Amerikaner gemacht. Die Amerikaner haben angefangen, sehr viel Geld zu drucken, um diese Ölkrise zu meistern, was nicht mehr gedeckt war. Und das hat über längere Zeit dann Schwierigkeiten gegeben. Der Dollar als Weltleitwährung wurde beibehalten. Das heißt, die Amerikaner haben immer noch profitiert davon, dass die meisten Staaten auch den Dollar gekauft haben. Und die USA bleiben die größte Wirtschaftsmacht. Und dann kam 1990, wo der Kommunismus zu Ende ging. Das heißt, das System, was nicht mitgemacht hat, der Ostblock brach zusammen. Und jetzt waren die USA alleinige Weltmacht. Und das war natürlich wieder ein Vorteil für sie. Weil viele Länder, die vorher zum Ostblock gehörten, jetzt auf einmal im System mitgemacht haben. Und dann natürlich auch wieder Geldreserven gekauft haben. Und die Amerikaner von diesem Anschluss, der viele Länder vom Ostblock, von profitierten. Aber das hat auch nicht allzu lang gereicht. Und das gab weitere Schwierigkeiten. 2007. Das war dann der nächste große Einbruch. 2007 war dann die große Finanzkrise. Der Finanzcrash. Das fing an 2007, 2008, die US, der Immobiliencrash. Dann die Pleite von Lehman Brothers im September 2008. Und dann kam Schritt für Schritt, da könnt ihr mir jetzt viel darüber erzählen, aber ich fasse das ganz kurz zusammen. Es gab dann den Börsencrash im Herbst 2008, der Finanzcrash im Herbst 2008, der Wirtschaftscrash 2009. Und gerade im Weihnachten rum, Dezember 2008, da war es um ein Haar geschehen, dass die gesamte Weltwirtschaft und die gesamte Weltfinanzwirtschaft zusammengebrochen wäre. Und ich weiß noch, da haben sie zusammengesessen, die Präsidenten der führenden Nationen der Welt und haben vor allen Dingen in Europa auch, und haben einen Rettungsschirm verhandelt. Und sie wussten genau, wenn sie nicht bis Montagmorgen, wenn in Japan die Börsen anfangen zu handeln, wenn sie bis dahin keine Lösung haben, dann würde die gesamte Börse und alles würde zusammenbrechen. Weil das Vertrauen, die Börse handelt ja von Vertrauen, weil das nicht mehr da war und das ging nur weiter, wenn ein Rettungsschirm da war. Und dann haben sie verhandelt und verhandelt und es war Sonntagabend, es war Sonntagnacht und ungefähr um den frühen Morgenstunden fängt ja schon in Japan die Börse an, weil sie ja einige Stunden vor uns sind. Und irgendwann eine Stunde, bevor dort die Börsen geöffnet haben, haben sie dann die 600 Milliarden Rettungsschirmen hier in Europa dann vereinbart. Und der hat dann das Ganze gerettet, in letzter Sekunde kann man sagen. Also wir standen damals schon kurz vor einem Crash. Dann gab es viele Staatscrashs von kleinen Staaten 2010. Über 50, 60 verschiedene Staaten sind pleite gegangen und konnten nur noch durch Finanzspritzen weiter existieren und geschützt werden. Die Griechenland-Krise 2010 begann sie und hat sich, denke ich, weiter geschleppt bis heute noch. Die Griechen sind heute noch nicht aus der Krise draußen. Und manchmal frage ich mich auch, ob die Lösungen, die sie dort anbieten, wirklich das ist, was Griechenland hilft, aus der Krise zu kommen. Ich habe eher den Eindruck, dass von den Finanzspritzen, die sie bekommen von Europa, und die Bedingungen, die daran geknüpft sind, dass Griechenland kaum die Chance hat, da wieder rauszukommen aus der Krise, wo es drin steckt. Aber das ist nur am Rande. Dann gab es den Börsencrash im August 2011. Die Euro-Krise im September 2011. Und die Frage ist, wie geht das Ganze weiter? Ich frage mich sowieso, diese ganzen Krisen, die ganze Schuldenkrise, die wir haben, die Überschuldung der ganzen Staaten, wo ist das ganze Geld eigentlich hin? Der Staat hat das Geld nicht mehr. Also ich habe es auch nicht. Die meisten Bürger, denke ich, sie haben wahrscheinlich auch nicht mehr Geld, als es damals war. Teilweise hat das die Industrie, weil die Steuern für die Industrie, die Wirtschaftssteuern wurden, massiv gesenkt. Und dadurch haben die Großindustrie vor allen Dingen, die Megakonzerne, mehr Geld. Aber vor allen Dingen die Finanzoligarchie, die haben davon profitiert. Nämlich die Investmentbanken wie Goldman Sachs, Deutsche Bank, Investmentgesellschaften, Hedgefonds, Schattenbanken, Ratingagenturen und so weiter und so weiter. Das sind die Gewinner. Und wenn man mal gucken will, wo das Geld ist, muss man nur da nochmal anklopfen. Und da ist das Geld. Und wo das Geld ist, das ist die Macht. Die können das Ganze steuern. Interessant ist übrigens auch, dass auch das System, ja ich hätte früher mal anders davon gedacht. Zum Beispiel weiß man, dass die amerikanische Notenbank gar nicht in Staatsbesitz ist, sondern die ist im Privatbesitz. Oder die Ratingagenturen sind auch im Privatbesitz. Und die bestimmen eigentlich über jedes Land und über jede Firma, wie gut sie stehen und wie viel Zinsen sie zahlen müssen, wenn sie irgendwo sich Geld leihen wollen. Also mit ihrem Rating A, A plus und so weiter, da gibt es ja diese ganze Abstufungen. Und das sind Privatfirmen, die hier eigentlich diese ganze Geschichte steuern. Und Privatfirmen, die eben mit diesem ganzen Finanzoligarchie zusammenhängen und verbunden sind. Man sagte damals, der freie Markt, der freie Finanzmarkt reguliert sich selbst. Wir müssen einfach alles freilassen, nichts regulieren und das wird sich schon von selber einspendeln. Aber das funktioniert nicht. Das geht nicht. Unsere Gesetze dämmen die Spekulationen nicht ein, sondern fördern sie sogar. Und das Hauptproblem ist eben, dass, wenn man nur mit Aktien ja spekulieren würde, das würde ja noch gehen. Aber das Problem ist ja, dass man das meiste Geld heute nicht mal mit Aktien macht, sondern man spekuliert auf Wetten. Man wettet darauf, ob Kurse fallen oder Kurse steigen und entsprechend kann man denn, selbst wenn Kurse fallen und man auf den Fallen des Kurses wettet, kann man dann sogar viel Geld damit machen. Und von daher ist, denke ich, eine Regulierung der Finanzmärkte unglaublich wichtig. Unregulierte Finanzmärkte sind höchst gefährlich, schwanken extrem und schädigen die Realwirtschaft. Eigentlich sollte die Finanzwelt dafür da sein, die Banken und so weiter, damit die reale Wirtschaft Geld hat und funktionieren kann. Mittlerweile ist das genau andersrum. Die Finanzwelt ist so selbstständig geworden, ein Selbstläufer, dass die für sich selbst machen und nur noch gucken, wie sie selbst Geld machen können und brauchen gar nicht mehr die Realwirtschaft. Es gibt manche Firmen, die in der Realproduktion kleine Gewinne machen und die größten Gewinne machen sie nicht mit der Produktion, sondern dass sie nebenbei noch an den Börsen spekulieren und damit machen sie mehr Gewinne als bei der Produktion. Und das ist ungesund. Das kann nicht lange gut gehen, so etwas. Man müsste eigentlich den Finanzmarkt regulieren. Zum Beispiel, dass man feste Mindesteigenkapitalanforderungen einführt, gerade für die Banken oder auch für die Betriebe, dass wenn Krisen kommen, dass das Eigenkapital stärker ist und sie stabiler sind. Denn die Banken arbeiten ja größtenteils nicht mit ihrem eigenen Geld, sondern mit dem Geld, was andere ihnen geliehen haben. Aber wenn die das wieder zurückhaben wollen, alle gleichzeitig zurückhaben wollen, dann funktioniert das natürlich nicht. Und wenn die Eigenkapitalanforderungen höher sind, dann sind natürlich die Banken auch stabiler. Finanzdienstleister an der Größe müsste man begrenzen, weil man immer sagte in der Krise damals, wenn eine Bank zu groß ist, dann darf man sie nicht pleite gehen lassen, sonst würde das ganze System zusammenfallen. Also hat man gesagt, wir müssen, wenn die Krise zu Ende ist, den Finanzmarkt regulieren, indem man die Größe der Finanzdienstleister der Banken begrenzt. Man hat gesagt, wir müssen Geschäfts- und Investmentbanking trennen. Dass also diejenigen, die die Spekulationen an der Börse machen und diejenigen, die Geld verleihen an die Privatkunden oder auch an die Firmen, dass das getrennt ist, damit das eine nicht das andere mit unterziehen kann. Und man hat gesagt, wir müssen eine Finanztransaktionssteuer einführen. Aber all die Dinge, die man hier gesagt hat und auch eine europäische Ratingagenturin einführen, denn teilweise waren die Bewertungen der Ratingagenturen, der amerikanischen Ratingagenturen sehr stark politisch geprägt und gar nicht nach dem Realen sichtbar. Und deswegen hat man gesagt, das müssen wir alles machen, aber gemacht ist es nicht. Fast nicht. Also all die Versprechen, um die Finanzmärkte zu regulieren, sind nicht gehalten worden. Das bedeutet, heute sind die Finanzmärkte genauso unreguliert wie damals. Das heißt, der Crash, den wir vor zehn Jahren hatten, kann heute genauso wieder losgehen. Heute ist es sogar noch schwieriger. Warum? Weil die Schulden, die die Staaten haben, noch viel größer geworden sind. Inzwischen haben sie ihre Schulden nicht abgebaut, die haben sie noch weiter angehäuft. Und wenn damals schon die Schulden, die die Staaten schon fast erdrückt haben, wie soll es denn heute sein? Eigentlich sind die meisten Staaten in der Welt pleite, auch die großen. Die einzige Chance, dass das noch weitergehen kann, reden wir auf dem Papier, ist, dass man die Zinsen auf null setzt, gesetzt hat. Warum? Dadurch müssen die Staaten, die jetzt überschuldet sind, keine Zinsen zahlen oder nur wenig Zinsen zahlen. Von alten Verpflichtungen haben sie sicherlich noch Zinsen, aber von neuem Geld, was sie sich leihen, müssen sie keine Zinsen mehr zahlen. Und das ist bequem. Wenn die Zinsen wieder steigen würden auf das normale Niveau, drei, vier, fünf, sechs Prozent, dann wären die Zinsen so hoch, dass viele Staaten mehr Zinsen zahlen müssten, als überhaupt ihr gesamter Staatshaushalt darstellt. Und daran sieht man schon, die Zinsen müssen auf null bleiben, damit das überhaupt noch weiterläuft, unser Finanzsystem. Die Lösung der Schuldenkrise, man braucht einen Schuldenschnitt, gerade wenn ein Staat wie zum Beispiel Griechenland pleite ist. Man braucht einen Schuldenschnitt. Zweitens eine geordnete Staatsinsolvenz. Staaten müssen pleite gehen können wie Firmen, damit sie wieder neu anfangen können. Und sie brauchen auf jeden Fall eine eigene Währung, weil der Euro als Gesamtwährung nicht in der Lage ist, Staaten, die pleite sind, wieder hochzubringen. Das funktioniert nicht. Das heißt, die müssen aussteigen aus dem Euro, eine eigene Währung bekommen und dann können sie wieder nach einer Weile, nach einigen Jahren wieder hoch durchstarten. Das sind die einzigen, aber wir wollen jetzt nicht der Politik vorschreiben, was sie zu machen hat. Das sind nur einige Dinge, was ich denke, was möglich wäre, oder was gut wäre. Wichtiger ist mir die Frage, wo stehen wir heute? In der Frage des Kapitalismus. Und wie soll das weitergehen? Max Otte hat ein Buch geschrieben, Stoppt das Euro-Desaster. Und da schreibt er auf Seite 39, die hemmungslose Herrschaft des Finanzkapitals gefährdert unsere Demokratie inzwischen so stark, wie es zuletzt vielleicht vor 100 Jahren in den USA der Fall war. Heute setzt sich die grenzenlose Herrschaft der Finanzmärkte immer brutaler durch. Von der Leistungsgesellschaft verwandeln wir uns unter dem Druck der angeblich effizienten Finanzmärkte zurück in eine Klassengesellschaft. Ich denke, der Mann, der hat sich da schon erkannt, was da los ist. Und ich glaube, dass die meisten Menschen in unserer Bevölkerung das auch erkannt haben, seit 2007 schon, dass sie merken, das, was die Finanzleute dort machen, ist nicht das, was uns gut tut, was für unser Leben, für unsere Gesellschaft gut ist. Die Wirtschaft sind in ihrer eigenen Tasche, wenn sie Gewinne machen und wenn sie Verluste machen, wer zahlt? Der Staat, Steuerzahler, wir, wir zahlen. Und von daher, das Problem ist, dass dadurch, sagt sogar Max Otte, dass dadurch unsere Demokratie in Gefahr ist. Und in vielen Staaten gab es Regierungswechsel nur dadurch, weil sie finanztechnisch in Schwierigkeiten waren und weil die Bevölkerung gesagt hat, wir wollen etwas anderes. In Griechenland, da gab es reinweise Regierungen, die versucht haben, aus dem Loch rauszukommen, die sich nicht geschafft haben, immer wieder abgewählt wurden. Hier habe ich eine Grafik, die ist schon ein paar Jahre alt. Der Schuldenstand der zehn größten Industrienationen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das Bruttoinlandsprodukt ist, das ist die Summe, die ein Land, ein Staat in einem gesamten Jahr erwirtschaftet. Und hier sieht man jetzt, und zwar die Schulden sind jetzt nicht vom Staat selbst, sondern das sind die Schulden, die vom Staat, von den Privathaushalten und von der Wirtschaft, alles zusammen. Und da sieht man, die höchste Verschuldung hat UK, das ist Großbritannien. Und zwar, die haben 950 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes, die Gesamtverschuldung. Das bedeutet, die haben fast zehnmal mehr Schulden, als sie pro Jahr überhaupt erwirtschaften, produzieren. Und das ist eigentlich ein Land, was so hohe Schulden hat, ist eigentlich pleite. Japan ist das Zweite mit über 600 Prozent. Schweden mit 450 Prozent. Europa generell 450 Prozent. Norwegen 400 Prozent. Schweiz ungefähr auch 350 Prozent. USA 350 Prozent. Und bei den USA ist es am schwierigsten. Warum? Weil sie ja die größte Wirtschaftsmacht der Welt sind. Und wenn die in Schieflage gerät, kann die keiner mehr auffangen. Bei Griechenland kann man das auffangen, sicherlich. Aber bei den USA, das ist vorbei, wenn die mal in Schieflage geraten. Und wenn die USA 350 Prozent Schulden haben von ihrem gesamten Bruttoinlandsprodukt, dann ist die Frage, wie wollen sie die je wieder abtragen? Ich habe mal vor einigen Jahren ausgerechnet, in Deutschland haben wir auch sehr viel Schulden. Wir haben jetzt gerade seit ein paar Jahren sogar ein bisschen Überschuss erwirtschaftet. Das gab es noch nie in der Geschichte sonst. Oder fast nie. Aber wir zahlen nur ganz, ganz wenig zurück von unseren Schulden. Aber wenn wir pro Monat 20 Milliarden Euro zurückzahlen würden, von unseren Schulden, die wir haben in Deutschland, dann würden wir 83 Jahre bezahlen, bis wir alle unsere Schulden los sind. Ich weiß nicht, wenn Sie zu Hause so wirtschaften würden, mit Ihrer Haushaltskasse, dann würde Ihnen keine Banken mehr irgendwo noch Geld geben. Das würde nicht funktionieren. Die Schulden der Staaten steigen immer weiter. Steigen immer weiter. Das könnte man sagen, ist doch egal, wenn die Schulden da sind. Hauptsache, Sie haben in Ihrem Einnahmen und Ausgaben immer ein gutes Gleichgewicht. Nein. Das funktioniert nur, solange die Zinsen ab Null sind. Und in dem Moment, wo man wieder Zinsen zahlen müsste, wären die Zinsen irgendwann so hoch, dass es nicht mehr weitergeht. Und die Verschuldung ist auch eine, wenn man die Kurven anschaut, ist eigentlich eine Exponentialkurve. Das heißt, es geht immer höher, immer höher und irgendwann geht es durch die Decke durch. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Irgendwann ist man am Ende. Und übrigens, wenn die Zinsen ab Null sind, dann versucht der Staat, sich zu sanieren. Auf wessen Kosten? Auf die Kosten der Sparers. Warum? Weil wir eine Inflation haben von ungefähr 1,5 bis 2%. Und wenn die Zinsen ab Null sind, heißt das, wenn ich jetzt 100.000 Euro irgendwo liegen habe, dann wird das Geld jedes Jahr weniger wert. Weniger Kaufkraft. Und von daher verlieren die Bürger. Das heißt, der Staat stiehlt den Bürgern Geld durch die 0% Zinsen, um selbst seine eigenen Schulden finanzieren zu können. Aber das sind nur so ein paar Nebensächlichkeiten. Die Frage ist, wird es einen Staatsbankrott der USA geben? Eigentlich ist die Frage nicht, wird es das geben, sondern wann wird es das geben? Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Die Amerikaner haben sowieso immer einen Schulden-Obergrenze. Und alle paar Monate müssen sie die immer wieder weiter nach oben schieben. Und manchmal gibt es dann auch irgendwelche Hintergrundgrabenkämpfe zwischen den Parteien, weil sie das nicht wollen. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich habe ja einige Zahlen von den USA. Die sind deswegen ein wenig älter, waren 2010, weil es seitdem keine Zahlen mehr gibt. Die Amerikaner veröffentlicht keinen mehr. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht kann man sich das auch denken, warum. Ich habe hier mal nur vom Februar 2010 mal ihr Haushaltsdefizit mal im Internet recherchiert. Und zwar, sie haben in diesem Monat 328 Milliarden Dollar ausgegeben und 107 Milliarden eingenommen. Stellen Sie sich vor, sie verdienen 2000 Euro im Monat, aber sie geben jeden Monat 6000 Euro aus. Da würde irgendwann ihr Bankberater sagen, hör mal zu, ich denke, sie müssen mal irgendwas ändern. Entweder sie müssen noch nebenbei mehr arbeiten und mehr Überstunden machen oder sie müssen ihre Ausgaben mal einschränken, nicht so viele Reisen machen. Die Amerikaner, die haben zwei Drittel ihres gesamten Haushalts, die sind nur durch Schulden finanziert. In dem gesamten Jahr 2009 haben sie 50 Prozent des gesamten Haushaltsjahres durch Schulden finanziert. Das heißt, sie haben doppelt so viel ausgegeben, wie sie eingenommen haben. Der aktuelle Schuldenstand der USA sind 20 Billionen Dollar. 20,09 stand heute Nachmittag 16 Uhr. Man kann im Internet sich eine Schuldenuhrticker angucken, da steht dann genau drauf, wie viel 100.000 und Millionen Dollar pro Minute und pro Stunde dazukommen. Da kann man genau sehen, wie schnell das steigt. 20 Billionen. Das ist eine Menge. 20 Billionen. Früher habe ich, weiß ich noch, wenn man mit millionengerechten Zeit hat, dann war das viel. Und dann kamen die Milliarden irgendwann. Dann kam man zu einem Billion, da sind wir schon bei 20 Billionen. Die privaten und öffentlichen Schulden, haben wir eben schon gesehen in der anderen Grafik, betragen in den USA ungefähr 350 Prozent des gesamten Bruttoinlandsproduktes. Und die Amerikaner drucken so viel Geld, dass sie allein vom Jahr 2008 bis 2009 ihre Geldmenge um 100 Prozent erhöht haben. Das heißt, sie haben doppelt so viel Geld, also genauso viel Geld neu gedruckt, wie sie überhaupt schon im Umlauf hatten. Eigentlich müsste bei so einer Geldvermehrung, müsste eigentlich die Inflation hochgehen. Und alle haben es erwartet, dass ab 2010 die Inflation starten müsste. Aber es kam nicht. Warum nicht? Weil das Geld, was hier neu gedruckt worden ist, nicht in den Kreislauf der Industrie und das Gesamt, sondern das ist irgendwo in Kanäle geflossen und nicht dem Markt zur Verfügung gestanden. Sonst wäre die Inflation sicherlich höher gegangen. Nur nebenbei noch ein paar Grafiken von den USA. Das sind die Menge von Menschen, die in den USA Lebensmittelkarten beziehen, Marken beziehen. Das sind also Menschen, die nicht selbst mit ihrem eigenen Einkommen zurechtkommen und die also vom Staat abhängig sind. Und dort gibt es keine Sozialhilfe wie bei uns, sondern die kriegen Lebensmittelmarken. Und das sind damals 2012 46,5 Millionen Menschen gewesen, über 15 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, der Kapitalismus, der den Menschen so viel Wohlstand und so viel Gutes gebracht hat und auch bringen sollte, da gibt es sehr viele Verlierer. Und ich habe den Eindruck, dass die Menge der Menschen, die verlieren bei dem System, immer mehr wird. Auch in Deutschland ist es mittlerweile so, dass der Niedriglohnsektor so stark gewachsen ist, dass man manchmal zwei Jobs haben muss oder manchmal Mann und Frau beide arbeiten müssen und beide nochmal vielleicht zweimal zwei Jobs haben müssen, damit man überhaupt sein Leben auf die Reihe kriegt. Und man fragt sich, warum ist das so? Ist das gerecht? Ist das gut? Nicht nur in der dritten Welt oder in anderen Ländern leben Menschen in Armut. Auch in Deutschland rutscht der Mittelstand immer weiter nach unten. Die USA sind der Auslöser der Krise gewesen, der Finanzkrise. Immer mehr Staatsanleihen werden ausgegeben, wer kauft sie? Ihre eigenen Notenbanken. Das heißt, finanztechnisch hat man bis 2007 gesagt, ein Staat, der jetzt Staatsanleihen hat, normalerweise kaufende Investoren sind die Staatsanleihen. Und wenn aber keiner mehr die mehr kauft, dann gibt es manche Staaten, die die selber kaufen. Die drucken selber Geld und kaufen mit dem eigenen gedruckten Geld ihre eigenen Staatsanleihen. Und wenn das ein Staat macht, dann gilt er offiziell als pleite. Und seit 2008, 2009 machen die Amerikaner das. Und übrigens die Europäer auch. Die Europäische Notenbank kauft auch jeden Monat für einige zig Milliarden Staatsanleihen der eigenen Länder, der europäischen Länder auf. Und dadurch wird natürlich das Geld entwertet. Und USA und England sind faktisch bankrott, auf dem Papier eigentlich. Wie gesagt, es wird nur dadurch noch am Leben gehalten, dass man die Zinsen auf Null gestellt hat. Sogar teilweise auf Minus schon. Also muss man sich vorstellen, der deutsche Staat leitet sich Geld. Und dafür, dass jemand dem deutschen Staat Geld leiht, muss der auch noch was da drauf bezahlen. Das heißt, dadurch kann der Staat natürlich, denn es wird ja animiert, noch mehr Schulden zu machen, weil er durch das Schuldenmachen ja verdient. Er muss also keine Zinsen zahlen, sondern er kriegt Geld noch dafür, dass er Schulden macht. Und das sind natürlich Systeme, die schon ein bisschen nach unserem Menschenverstand, die nicht mehr gesund sind. Ja. Die USA haben ihr Monopol auf die Führungsrolle in der Welt verloren. Es sieht so aus. Die USA sind nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Das ist sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Man sieht auch, dass seit der Finanzkrise, wenn die G20-Staaten sich treffen, dass die Amerikaner ihre Anliegen, die sie haben, nicht mehr durchsetzen. Meistens sind es die Europäer, die momentan so ein bisschen, aber auch nicht so richtig, weil sie sind auch nicht immer einig. Die Europäer brauchen immer sehr viel Zeit, um sich zu einigen und dann ist manchmal schon wieder, das ist doch abgefahren. Das ist das Problem der Europäer, dass sie einigen, dass es nicht ganz einfach ist. Bernanke, der damalige US-Notenbankchef, hat 2011 davor gewarnt. Er sagte, ein Weiterdrehen der Schuldenspirale in den USA könnte im Staatsbankrott enden. Innerhalb von 13 Jahren haben sich die Staatsschulden der USA verdreifacht. US-Notenbankchef Bernanke warnt vor drastischen Folgen, wenn die Schulden weiter steigen. Und ich denke, das sage nicht nur ich jetzt, dass der Staatsbankrott können könnte. Das sagen Insider, die höchsten, die best informierten Leute der amerikanischen Finanzwirtschaft. So sieht es aus. Das heißt, wir sehen, dass die jetzige gegenwärtige Weltordnung, der Kapitalismus zerfällt. Die Frage ist, was kommt? Wie ist die Phase des Übergangs, in dem wir gerade drinstehen? Was danach kommt, ist nachher Punkt 3. Jetzt kommen wir erstmal zur Übergangszeit. Die chinesischen Notenbank, der Präsident der chinesischen Notenbank, hat gesagt, wir brauchen eine neue Weltleitwährung, weil der Dollar nicht mehr stabil genug ist. Und er sagt, das kann man auf der Basis der Sonderziehungsrechte einrichten, vom internationalen Währungsfonds. Was ist das? Die Sonderziehungsrechte ist ein sehr sperriges Wort, ein sehr langes Wort. Und zwar bedeutet das, das ist ein Währungskorb. Da ist ein Prozentsatz, das ist festgelegte Prozente, ein Prozentsatz vom Euro, vom Dollar, vom Yen, vom Rimibi und von verschiedenen starken Währungen. Und die Wechselkurse von diesem Sonderziehungsrecht, eigentlich ist das eine Währung, eine virtuelle Währung, die wird also bestimmt nach diesen Prozentszahlen der verschiedenen starken Währungen dieser Welt. Ähnlich wie zum Beispiel der Euro. Es gab den Euro ja schon bevor er 2002 eingeführt worden ist. Damals hieß der noch EQ und man konnte schon jahrelang vorher virtuell mit dem Euro rechnen, obwohl er nicht mit Papiergeld vorhanden war. So ist es hier auch. Die Sonderziehungsrechte sind virtuell da und man kann mit denen rechnen. Und da sagt der chinesische Notenbankpräsident, diese Sonderziehungsrechte, diese Währung, virtuelle Währung, könnte doch die neue Weltleitwährung sein. Der wäre nicht mehr der Dollar. Der wäre nicht mehr von dem Dollar abhängig. Denn die Chinesen wollen nicht vom Dollar abhängig sein. Warum nicht? Die Chinesen sind der größte Gläubiger der Amerikaner. Wenn die Chinesen den Geldhahn zudrehen würden, wären die Amerikaner am nächsten Tag pleite. Aber das machen sie nicht. Warum? Weil die Amerikaner die größten Abnehmer der Waren von den Chinesen sind. Also sind auch die Chinesen von den Amerikanern abhängig, dass sie ihre Waren abnehmen. Also sind sie gegenseitig abhängig und das ist auch nicht so gesund, weil sie finanziell stark verflochten sind, aber politisch und auch sonst nicht unbedingt sich zu grün sind. Auch George Soros, einer der größten amerikanischen Börsen- und Finanzmanager, sagte, 2009 besteht der Bedarf nach einer Weltwährung? Ich glaube, dass das System grundsätzlich zerbrochen ist und dass es neu ausgerichtet werden sollte. Man braucht also ein neues Währungssystem und durch die Sonderziehungsrechte kann es errichtet werden. Er spricht also auch von diesen Sonderziehungsrechten, von dieser virtuellen Währung. Und er sagt auch, wir brauchen eine neue Weltwährung. Die Frage ist, kommt sie? Wird sie kommen? Wir haben eine Übergangszeit. In der G20, wo sich die 20 stärksten Industrienationen der Welt immer treffen, um Dinge zu beraten und zu besprechen, gibt es momentan drei Blöcke. Das ist, einmal sind die BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China. Und die halten zusammen und arbeiten zusammen. Und die fordern eine neue Weltleitwährung, wie die Chinesen vorher. Die sagen, wir sind gegen die amerikanischen Vorherrschaftsmöglichkeiten. Wir wollen Amerika rausdrücken und wir wollen ein neues Weltfinanzsystem schaffen. Die USA natürlich lehnen das ab. Warum? Was würde passieren, wenn der Dollar nicht mehr die Weltleitwährung wäre, sondern diese Sonderziehungsrechte? Erstens, die Staaten der Welt würden ihre Währungsreserven nicht mehr in Dollar anlegen, sondern jetzt in der neuen Währung. Das heißt, die Amerikaner würden kein Geld mehr bekommen, nur allein, dass sie ihr Geld verkaufen. Zweitens, viele Staaten würden ihre Dollar, die sie haben, verkaufen, um damit die Sonderziehungsrechte zu kaufen. Also diese neue Währung. Und wenn viele Staaten den Dollar verkaufen und nicht mehr kaufen, dann gerät der Dollar noch mehr unter Druck und würde sehr schnell abgewertet werden müssen. Und von daher befürchten die Amerikaner, wenn das geschehen könnte, dass ihr Dollar und damit auch ihr Finanzsystem unter Druck gerät oder sogar zusammenbrechen könnte. Und deswegen wollen sie das nicht unter allen Umständen vermeiden. Übrigens so nebenbei gesagt, es ist entscheidend, auch die Stärke einer Weltleitwährung von den Waren, wo am meisten Geld gefließt, wo am meisten Geld für Ausdruck geben wird. Und das ist Öl und Drogen in der Welthandel. Und interessant ist, dass bis vor kurzem sämtliches Öl auf der Welt auf der Basis vom US-Dollar verkauft worden ist, abgerechnet worden ist. Und interessant war, wenn nämlich ein Land anfängt, vor allem wenn der Mittelosten anfangen würde, sein Öl in einer anderen Währung zu verkaufen, dann wäre der Dollar draußen und dann würde die Weltleitwährung schwächer werden und irgendwann könnte das kippen. Deswegen haben die Amerikaner immer darauf geachtet, dass alles Öl und immer schön im Dollar bezahlt wird. Und 2003, 2002 war es, war der Erste, der gesagt hat, ich will mein Öl zukünftig in einer anderen Währung verkaufen. Wer war das? 2002, 2003? Saddam Hussein. Und im Februar, März 2003, wissen wir, war der Irakkrieg. Vor einigen Jahren gab es das zweite Land, was gesagt hat, wir wollen unser Öl jetzt in einer anderen Währung verkaufen. Wer war das? Iran. Und sie machen es seit einigen Jahren. Seit einigen Jahren verkaufen sie Öl in einer anderen Währung. Und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, wenn der Präsident Trump momentan Iran auf die Liste der bösen Staaten gesetzt hat, wegen des Atomabkommens. Aber natürlich, denke ich, hat das sicherlich andere Gründe. Aber zurück zu unseren drei Blöcken. Der erste Block, das sind die USA, die natürlich nicht die neue Leitwährung wollen. Und der dritte Block ist Europa. Und Europa unterstützt noch die USA. Und Europa und USA zusammen sind noch stärker als die Brickstaaten. Das Problem ist nur, dass die Brickstaaten so ein hohes Wirtschaftswachstum haben und Finanzwachstum haben, dass die, man kann schon voraussehen, irgendwann uns im Westen überflügeln werden. Die Chinesen sind momentan so finanzstark, die kaufen alles auf. Unsere Fußballvereine und unsere Autokonzerne und Schritt für Schritt mit. Die haben so viel Geld, die wissen gar nicht, wohin damit, weil sie die Amerikaner nicht mehr unterstützen wollen, weil sie da befürchten, dass das noch nicht gut geht. Also kaufen sie im Westen, Europa immer mehr Dinge. Und übrigens, die sind sehr intelligent, die Chinesen. Nämlich in der dritten Welt, die von Europa und Amerika oftmals so links liegen gelassen wurde, kümmern sie sich sehr intensiv drum. Sie helfen den Staaten dort. Sie investieren dort. Ich bin vor einigen Jahren in Mosambik gewesen. Und in Mosambik, das fünftärmste Land der Welt. Und dort sieht es so aus, als die Portugiesen noch im Land waren, haben sie viel gebaut. Viele Häuser und gute Straßen. Und es war alles in Ordnung. Als die Portugiesen dann rausgingen und Mosambik unabhängig wurde, hatten sie kein Geld mehr, um Neues zu machen. Das heißt also, alles, was da war, war noch da, aber ist nach und nach zerfallen. Und der Druck von der ersten und zweiten Welt war so groß, dass sie kein Geld hatten, um irgendetwas neu aufzubauen. Seit ungefähr zehn Jahren sind die Chinesen dabei, dass sie zum Beispiel in Mosambik dort investieren. Sie bauen Infrastruktur, sie bauen Brücken, sie bauen Autobahnen, sie bauen Fabriken. Und durch die Fabriken, die sie dort bauen, haben die Menschen wieder Arbeit. Die Menschen in Mosambik freuen sich, dass sie Arbeit haben und dass sie Infrastruktur haben. Und die Chinesen haben billige Arbeitsplätze, denn der Lohn ist in Mosambik sehr gering. Dadurch profitieren die Chinesen davon und das Land in Mosambik auch. Und dadurch haben die Chinesen jetzt natürlich auch einen Vorteil in den Beziehungen. Denn die Mosambik sagt jetzt, die lieben Chinesen, wir freuen uns, dass die Chinesen uns geholfen haben. Früher war Amerika immer diejenigen, die überall die Kontrolle hatten. Aber das geht verloren, weil die dritte Welt mehr und mehr sich nach China orientiert, weil die überall den Staaten helfen, profitieren selbst davon, die Staaten profitieren auch davon. Und von daher ist das ganze System momentan, kippt immer weiter von den USA weg. Gut, zurück zu unseren drei Blöcken. Da jetzt aber die USA nicht mehr die Stärke hat, um die Welt zu führen, wirtschaftlich, politisch, haben wir momentan eine Übergangszeit, ein Vakuum. Und je länger das Vakuum andauert, desto größer wird das Chaos. Russland versucht dieses Vakuum zu nutzen, indem der Putin den starken Mann macht und versucht Russlands Stärke zu zeigen, um Russland in diesem Vakuum groß zu machen. Teilweise geht es auch, aber das Problem ist, dass das Amerika da versucht, immer wieder zwischen Europa und Russland in Kalt zu schieben, damit Europa und Russland nicht zu sehr, zu eng zusammenarbeiten. Jetzt gibt es drei Szenarien, wie dies weitergehen könnte. Erstens, stellen Sie sich vor, Europa würde die Seite wechseln. Europa würde jetzt von den Amerikanern zu den BRIC-Staaten wechseln. Brasilien, Russland, Indien, China. Und mit denen gemeinsame Abkommen machen. Dann wäre das zweite Szenario, die BRIC-Staaten werden irgendwann, also wenn das nicht passiert, werden irgendwann in der Zukunft die BRIC-Staaten stärker als USA und Europa zusammen. Das dritte Szenario, die USA gehen bankrott. Eins von den dreien wird irgendwann in der nächsten Zeit passieren. Was ist zum Ersten? Wenn die USA die Seite wechseln, dann hätten wir einen fließenden, sanften Übergang. Dann wären die Amerikaner draußen und die EU hätte den Einfluss auf die neuen Spielregeln, die dann aufgestellt werden. Man muss ja neue Regeln aufstellen, was die Weltleitwährung ist und was die Weltbank ist und all die ganzen Dinge müssen neu reguliert werden. Und das würde Europa und die BRIC-Staaten zusammen machen. Uns Europa hat sehr viel Erfahrung im Verhandeln. Da sind die Weltmeister am Verhandeln. Dadurch haben sie zwar immer gute Lösungen, aber zwar nicht die besten, aber durch das Verhandeln haben sie alle mit im Boot und sind alle mit dabei. Und dieses Geschick könnten sie sicherlich nutzen, um auch mit den BRIC-Staaten ein gutes Fundament für eine neue Weltwirtschaftsordnung zu schaffen. Wenn sie es nicht tun, bis jetzt ist es übrigens überhaupt nicht sichtbar, dass das die Europäer wollen. Angela Merkel als die stärkste Person in Europa hat überhaupt keine Anzeichen, sich von Amerika zu trennen. Übrigens auch, die Amerikaner wissen das auch, dass die Europäer mehr und mehr auch schon nach Russland und China auch wirtschaftlich immer mehr dort Verbindungen haben. Deswegen versuchen die Amerikaner, vor allen Dingen vor Trump, haben sie versucht, Europa an Amerika anzubinden. Wodurch? TTIP zum Beispiel. Durch TTIP haben sie versucht, die europäische und die amerikanische Wirtschaft zusammen zu schmelzen, sodass man sie gar nicht mehr auseinandernehmen kann. Dass wenn der eine fällt, der andere mitfällt. Und von daher sieht das momentan nicht danach aus, dass das kommen könnte. Und sie haben versucht, politisch Europa und die BRIC-Staaten zu trennen. Und ich bin überzeugt, dass die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg gewesen ist und uns initiiert wurde, damit Europa, vor allem Deutschland und Russland, dann kalt dazwischen kommt. Damit sie, ja, allein durch die Sanktionen, die gemacht wurden gegen Russland, dass da irgendwo die Wirtschaftsbeziehungen blockiert werden. Und dadurch eben der Übergang, dass Europa wechseln könnte zu den BRIC-Staaten, dass man das versucht zu verhindern. Wenn das also nicht geschieht, wenn also jetzt die BRIC-Staaten irgendwann stärker werden als USA und Europa zusammen, was würde dann sein? Dann hätten wir eine lange Phase des Übergangs. Weil das ja nicht von heute auf morgen geht. Das ist ja ein langsamer Prozess. Und in dieser Übergangsphase hätten wir massive Probleme in der Finanzwelt und in der politischen Welt überhaupt. Und wir hätten dann auch eine schwierige Situation, die über lange Zeit da wäre. Das dritte Szenario, die USA gehen bankrott, dann hätten wir einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft und wir hätten Unruhen, Kriege, Bürgerkriege. Es würde wirklich, ja, es würde schwierige Situationen geben. Was kommt, weiß ich nicht. Also meine persönliche Einschätzung jetzt, das erste, sieht unwahrscheinlich aus. Das zweite, wenn es lange noch so weiter geht, wird es weiter irgendwann kommen. Ich weiß nicht, in wie vielen Jahren. Das dritte könnte auch gut eintreten. Zwei und drei sind sicherlich beides relativ wahrscheinlich. Frank Bianchieri hat ein Buch geschrieben nach der Krise und dort sagt er, wenn es ein geeignetes Modell im Kleinformat für eine globale Governance, eine Weltregierung gibt, dann ist es die EU. Und wenn eine Region Erfahrung mit der Schaffung einer internationalen Währung hat, ist es die Eurozone. Das heißt, er sagt, in Europa haben wir schon ein Modell dafür, was auf der Weltebene passieren könnte. Also wenn man eine Weltwährung haben wollte, dann hat man in Europa schon mal einen Probelauf gemacht, wie das passieren kann, wenn viele Länder eine Währung haben. Deswegen ist es auch interessant, dass der Euro, der war manchmal ziemlich unter Druck geraten, gerade in der Griechenland-Krise, und weil er ein Probelauf ist, muss er in den Augen der Finanzwelt ein Erfolgsmodell bleiben. Dann stellen Sie sich vor, der Euro würde scheitern. Und wenn man jetzt sagt, wir möchten eine Weltwährung einführen, dann wird man sagen, wenn es beim Europa schon nicht funktioniert, wie soll es an der Weltwährung denn funktionieren? Also muss der Euro ein Verfolgsmodell bleiben, damit man sagen kann, seht ihr, es gab beim Euro zwar einige Probleme, aber er hat funktioniert. Und die Probleme, die es beim Euro gab, die müssen wir gleich bei der Weltwährung ausschalten. Das Problem beim Euro, was war das Problem beim Euro? Man hat eine Währung gemacht, ohne eine gemeinsame Finanzpolitik zu haben. Und das kann nicht gehen. Man braucht erst eine gemeinsame Finanzpolitik, also sozusagen eine übergeordnete Stelle, die die Finanzen reguliert, und dann kann auch eine Währung funktionieren. Und das wird man sicherlich bei einer Weltwährung versuchen. Man sagt, wenn wir eine Weltwährung machen, müssen wir eine übergeordnete Weltinstanz haben, die den Finanzmarkt und die Finanzen in der ganzen Welt reguliert, damit die Weltwährung funktionieren kann. Aber der Euro darf auch nicht so stark werden, damit er, falls der Dollar zusammenbricht, er nicht überlebt. Denn wenn es zusammenbricht, muss das gesamte System zusammenbrechen, um eine neue Sache aufzubauen. Das heißt, er darf nicht so schwach werden, um ein Erfolgsmodell zu bleiben, und nicht so stark werden, damit er am Dollar gekoppelt bleibt. Frank Bianchiri schreibt noch weiter an seinem Buch. Fast 100 Jahre hat der Zustand angedauert, den Henry Ford 1913 nach der Gründung der US-Zentralbank beschrieb. Gut, dass die Menschen nicht verstehen, wie unser Bankensystem funktioniert. Wenn sie es verstünden, gäbe es am nächsten Tag eine Revolution. Inzwischen verstehen sie es. Und Henrys Ford-Schlussfolgerungen wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und wir sehen auch, ich glaube, das, was wir jetzt momentan auch sehen, was wir auch in den nächsten Tagen noch besprechen werden, wenn Walter Veit über die Trump-Card sprechen wird, oder auch ich in den nächsten Tagen auch über die Hintergründe von Amerikas Probleme, nicht nur finanziell, sondern prinzipiell, werden wir sehen, dass die Stimmung in den USA und auch in Europa momentan kippt. Wir hatten bis jetzt eine Gesellschaft, die postmodern denkt, postmodern ausgerichtet ist, und auch die Regierungen waren postmodern, ob das Obama war oder Merkel oder andere. Jetzt haben wir ein neues System von Trump, oder auch in Tschechien jetzt gerade gewählt, oder auch in Ungarn. Das heißt, ein neues System, was nicht mehr postmodern ist, sondern was bestimmte Werte vermittelt. Man könnte es momentan sagen, politisch gesehen, rechtspopulistisch. Aber dass die Menschen so wählen und so denken, hängt damit zusammen, dass sie genau das, was Henry Ford gesagt hat, verstanden haben, dass nämlich das System, der Kapitalismus, in dem wir stehen, nicht gut ist, nicht mehr für den Menschen da ist. Und deswegen gibt es diese Wutbürger, die sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen etwas anderes, etwas Neues. Und das System ist in einer Übergangsphase momentan. Zwischen zwei Wertesystemen, zwischen dem, wir haben noch die Mehrheit der Menschen, sind noch in dem Postmodernen, aber das Pendel schlägt momentan aus. Die neue Weltordnung. Wohin geht es weiter? Stellen Sie sich vor, wir schrauben mal unsere Zeit um 30 Jahre zurück. 32 Jahre zurück, 1985. Sie sind Bürger der DDR. Vielleicht waren Sie es ja auch. Und Sie sollten jetzt die Entwicklungen der DDR für die nächsten zehn Jahre beschreiben. Wie geht es mit der DDR weiter? Frage, hätten Sie alles genau voraussehen können, was da gekommen ist in den Jahren 85 bis 95? Wie wird die Welt politisch, wirtschaftlich, kulturell aussehen, zehn Jahre später? Es ist fast alles anders geworden. Was anders geworden ist, war zum Beispiel Eigenverantwortung, Arbeitslosigkeit, ist raufgegangen, Bildungs- und Gesundheitskosten, Möglichkeit der Auswanderung, freie Wahlen, Meinesfreiheit. Es gab gute Dinge und ich glaube, schlechte Dinge, die sich verändert haben. Und das politische und wirtschaftliche Modell des Klassenfeindes wurde übernommen. Unmöglich. Es wäre unmöglich gewesen, 85 zu sagen, was 95 gewesen ist. Unmöglich. Und erst recht nicht jemand, der aus der politischen, wirtschaftlichen oder intellektuellen Elite gekommen ist. Stellen Sie sich, Herr Honecker hätte ab 85 gesagt, in zehn Jahren haben wir bei uns den Kapitalismus. Undenkbar. Warum? Weil diejenigen, die ein System lenken und führen, nur innerhalb ihres Bezugsrahmens denken. Nur in dem, was sie tun und nicht darüber hinaus. So ist es auch heute. Die heutige Krise ist noch viel tiefgreifender als 1990. 1990 ging es um den Kommunismus. Heute geht es um die gesamte Welt. Und diejenigen, die unsere Welt führen, politisch, wirtschaftlich, intellektuell, sind nicht in der Lage, vorauszusehen, was kommt. Es sei denn, sie wollen etwas Bestimmtes schaffen, was sie selbst steuern. Das kann es sicherlich geben. Vor einigen Jahren habe ich einen Vortrag gehört von Prof. Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker in Heilbronn. Er ist Naturwissenschaftler, Bundestagsabgeordneter, Mitglied vom Club of Rome und Mitglied der Weltkommission für soziale Fragen und der Globalisierung. Das war 2004 in Heilbronn gewesen und das Thema war Globalisierung und Sozialabbau. Und was der Mann sagte, das war sehr interessant. Ich gebe es deswegen hier wieder. Das sind seine Thesen, die ich aber sehr sicherlich nachdenkenswert finde. Er sagte, es gab 1990 einen Paradigmenwechsel. Und zwar, wir hatten vorher Kapitalismus gegen Kommunismus. Und die haben in allen Punkten gegeneinander gestritten. Politisch, militärisch, wirtschaftlich und auch sozial. Und der Kommunismus ist ja von der Natur aus sehr sozial aufgebaut. Die Grunddinge sind sehr günstig, Mieten, Essen, Brot und so weiter. Und es gab keine Arbeitslosigkeit und war sehr sozial. Und deswegen musste es, deswegen gab es im Westen eine soziale Marktwirtschaft. Weil der Westen beweisen musste, wir sind sozial besser als der Kommunismus. Sie haben es versucht, sie haben es nicht ganz geschafft, aber sie haben mindestens versucht, durch Sozialsysteme, dass die Gesellschaft sozial aussah und die Wirtschaft sozial ausgerichtet war. Zum Beispiel, wenn eine Firma hohe Gewinne gemacht hat, dann hat sie mehr Menschen eingestellt, die Arbeitslosigkeit gesenkt und dadurch auch versucht zu wachsen. Seit 1990 gab es eine Veränderung. Der Kommunismus war zu Ende und jetzt musste der Kapitalismus nicht mehr sozial sein. Das heißt, die Firmen haben nicht mehr geguckt, was dient dem Menschen, was dient der Gesellschaft, sondern wie kann ich das meiste Geld machen. Das nennt man Neoliberalismus. Ein Beispiel, Josef Ackermann, weiß ich noch, hat sich damals vor die Presse gestellt und hat gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, das ist mir wieder entfallen. Er hat damals, Josef Ackermann ist der Chef der Deutschen Bank damals gewesen, und er hat gesagt, wir haben im letzten Jahr 3 Milliarden Euro Überschuss gemacht und wir werden im neuen Jahr 15.000 Arbeitsplätze abbauen, um noch mehr Überschuss zu machen. Das ist Neoliberalismus. Das heißt, wie viele Menschen denn so arbeitslos werden, spielt keine Rolle. Hauptsache, ich habe meinen Gewinn noch mehr maximiert. Und das Problem ist, dass dann diejenigen, die dann noch die Arbeit machen müssen, die Arbeit von denen mitmachen müssen, die entlassen worden sind. Und ich habe dann mal einige Leute gefragt, die gesagt haben, ja, bei uns sind wieder so und so viele Leute entlassen worden. Da habe ich gesagt, naja, und jetzt musst du die Arbeit von denen mitmachen? Ja, muss ich mitmachen. Da habe ich gesagt, hast du denn vorher Zeit über gehabt? War dir vorher langweilig, dass du jetzt das noch mitmachen kannst? Nein, im Gegenteil, ich war vorher schon überlastet, und jetzt muss ich noch mehr dazu machen. Das heißt, diejenigen, die noch arbeiten, werden noch mehr ausgequetscht, und die anderen sind auf der Straße. Das heißt, der Neoliberalismus ist nur noch darauf aus, mehr Gewinn zu machen, die Aktionäre zu befriedigen, und ist nicht mehr sozial. Ein weiterer Punkt, der entstanden ist, weltweit wurden nach 1990 die Unternehmenssteuer drastisch gesenkt. Was passiert dadurch? Die Wirtschaft wird stärker, vor allen Dingen die großen Unternehmen werden stärker, haben mehr Geld, weil sie weniger Steuern zahlen, die Staaten nehmen weniger Steuern ein, und wenn die Staaten wenige Steuern einnehmen von der Wirtschaft, was müssen sie machen? Sie müssen die Steuern für die Bevölkerung erhöhen. Wurde auch überall gemacht. Das heißt, das Gleichgewicht kommt ins Rutschen, denn der Abstand zwischen Arm und Reich wird dadurch immer größer. Von 1990 war der Staat stärker als die Wirtschaft. Durch diese Unternehmenssteuersenkung wurde die Wirtschaft immer stärker, und die Wirtschaft hat globalisiert. 1990 waren beide ungefähr gleich stark, und Weizsäcker sagt, nach 1990 war die Wirtschaft stärker als der Staat. Warum? Weil der Staat lokal ist und die Wirtschaft global geworden ist. Die großen Firmen sind immer globaler. Und mittlerweile sind die so groß geworden, und haben so viel Geld, dass sie bestimmen können mit ihrem Geld, was passiert in der Politik. Die Lobbyisten sind so stark, dass die die Politik sehr stark mitbestimmen. Und dann war seine These, die er gesagt hat, damit das gleichgibig wiederhergestellt werden kann, müssen wir was machen? Was ist die Lösung? Wenn die Wirtschaft global geworden ist, muss also auch der Staat global werden. damit der Staat wieder die Wirtschaft lenken kann. Wenn zum Beispiel ein großes Unternehmen wenig Steuern zahlt, und der deutsche Staat jetzt sagt, hör mal zu, ihr müsst ein bisschen mehr Steuern zahlen, das ist zu wenig, was ihr zahlt, sagen die, naja, wenn ihr das uns unter Druck setzt, dann tun wir halt unseren Sitz in die Schweiz verlegen, oder nur nach Luxemburg verlegen, und dann zahlen wir halt da unsere Steuern. Also der Staat ist immer in der Zwangslage. Wenn er bei der Staat globalisiert, sagt er, wenn die Staaten zusammenhalten, dann kann wieder der globalisierte Staat die Wirtschaft wieder besser lenken. Das war seine Lösung. Und dann gab es eine Fragerunde am Ende. Und ich habe gedacht, weil ich ja diese Geschichte ein bisschen kenne, mich damit befasst habe, habe ich gedacht, ich muss eine Frage stellen. Die habe ich da auch gestellt. Ich habe gesagt, Herr Weizsäcker, wenn Sie sagen, dass der Staat globalisieren muss, Global Governance, dann würde es ja bedeuten, wenn man das konsequent weiterdenkt, dass es am Ende eine Weltregierung geben wird. Eine Weltregierung, die alle steuert. Und er sagte, ja. Es kann gut sein, es muss nicht kommen, es kann aber gut sein. Und es gibt jemanden, sagte er, ein Herrn Ott, der sagt, es muss auf jeden Fall eine Weltregierung kommen, damit das Gleichgewicht wieder da ist. Und genau das war immer wieder im Gespräch in den letzten zehn Jahren. Gerade bei der Finanzkrise war die Weltregierung, die neue Weltordnung immer wieder das Thema. Der Spiegel hat geschrieben, das alles hat sich mit der Sehnsucht nach Führung zu tun in Zeiten, in denen keine Nationen ihre Probleme alleine lösen kann. Die globale Wirtschaft und das globale Klima verlangen nach einer kooperierenden Weltgemeinschaft. Sie verlangen nach einer globalen Kultur, nach einer Richtung, eigentlich nach einer Weltregierung. Auch der Papst hat das gefordert. Enzyklika, Caritas in Veritate, Liebe in der Wahrheit, am 17.07.2009. Und er sagte, um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krisen betroffenen Wirtschaften zu sanieren, eine Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebenden Ungleichgewichten vorzubeugen, ist das Vorhandensein einer echten politischen Weltautorität dringend nötig. Darüber hinaus muss diese Autorität von allen anerkannt sein, überwächsame Macht verfügen und um für jeden Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten. Das heißt, der Papst sagt, um aus der Krise wieder rauszukommen, müssen wir eine globale politische Weltautorität haben, die von allen anerkannt ist. Also, eine Weltregierung. Übrigens, das hat er nicht erfunden, 2009, das ist schon 1962 gesagt worden, im Zweiten matikanischen Konzil, wo sie auch sagen, wir müssen eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität vorbereiten. 1962 haben sie gesagt, vorbereiten, 2009 sagt der Papst, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir sie einsetzen. Gedeon Rachman hat in der Financial Times folgenden Artikel geschrieben. Und dort sagt er, es scheint alles bereit zu sein. Zum ersten Mal, seitdem Homo sapiens auf einer Höhlenwand herumkritzelten, gibt es die Argumente, die Gelegenheit und die Möglichkeit, ernsthafte Schritte Richtung Weltregierung zu gehen. Dies wird ein schmerzhafter Prozess sein. Selbst in der EU ist die Idee einer internationalen Regierung unbeliebt. Die EU-Expansion wird vom Volk abgelehnt, wenn sie den europäischen Wählern vorgelegt wird. Deshalb ist der Fortschritt am schnellsten, wenn weitreichende Vereinbarungen durch Technokraten und Politiker verabschiedet werden, ohne Befragung der Wähler. Internationales Regieren kann deshalb nur effektiv sein, wenn es antidemokratisch ist. So, das ist so in die Richtung, wo die Menschen denken. Weil sie wissen, wenn wir die Wähler fragen, die würden sagen, machen wir nicht mit. Sieht man ja, in England, Brexit. Wenn man die Wähler fragt, dann geht das schief. Das heißt, die Politik wird oft gemacht, gerade die internationalen Politik, ohne die Wähler zu fragen. Und deswegen sagt er, das kann nur funktionieren, wenn man halt ohne Wähler zu fragen, heißt antidemokratisch vorgeht, arbeitet. David Rockefeller hat in seinem Buch Memoirs 2002 geschrieben, wir, die Bilderberger, sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Chefredakteure an unseren Treffen in der Vergangenheit teilnahmen und die Zusagen der Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang respektierten. Es wäre für uns nie möglich gewesen, einen Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Jahre im Licht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist auf einem komplexen und vorbereiteten Weg hin zu einer Weltregierung. Seit wann planen Sie die Weltregierung? 2002 hat er das geschrieben und wie lange hat er gesagt, sind Sie schon dabei? 40 Jahre. Wer kann rechnen? 2002 minus 40? 62 haben Sie angefangen. 62 haben Sie angefangen, eine Weltregierung zu planen und vorzubereiten. Im Geheimen. Wir wissen ja, es gibt immer wieder Bilderberger-Treffen, wo man in Zeitungen liest, irgendwo in den Nachrichten hört, die treffen sich da wieder, aber abgeschirmt, höchstgeheim. Und jetzt wissen wir, was Sie da drüber reden, was hier Thema ist. Übrigens, wann haben die angefangen? 62. Wann hat denn der Vatikan gesagt, dass sie eine Weltregierung vorbereiten müssen? Auch 62. Das legt den Schluss nahe, dass es durchaus da vielleicht gemeinsam gedacht und geplant worden sein könnte. Noch ein Zitat von David Rockefeller 1994 sagt er vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen, wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Was braucht man? Eine Krise. Warum? Veränderungen kommen nur durch Krisen. Aus dem Alltag heraus kommen keine Veränderungen. Kleine Veränderungen bringen kleine. Andersrum. Kleine Krisen bringen kleine Veränderungen. Große Krisen bringen große Veränderungen. Wenn man das gesamte Weltsystem verändern will, braucht man also eine riesengroße Krise. Und das legt den Schluss nahe, dass die Krisen, die wir hatten, die Finanzkrise zum Beispiel, nicht von Selbstgängen entstanden sind. Man braucht eine Krise, damit die Menschheit sagt, die einzige Lösung, die wir haben, ist die Weltregierung. Und wir haben auf verschiedenen Gebieten die Krisen. die Krise in der Frage der Umweltzerstörung, in der Frage der Flüchtlingsproblematik, in der Frage der Finanzen natürlich, der Schuldenkrise. Wir haben die Krise in der Frage des Terrorismus. Und überall haben wir internationale Krisen, wo man sagen kann, ein Staat allein kann das nicht lösen. Also müssen wir irgendwo ein Apparat haben, der das Ganze global lösen kann. Das ist das, was momentan gesagt wird, gedacht wird. Das sind nicht meine Dinge, das sind, ich habe nur zitiert. Aber es ist interessant, dass es, wenn man das System anschaut, dass es einen Übergang gibt. Wann so eine Krise kommt, die nächste Krise kommt, wann ein System unter Kapitalismus zusammenbricht, das wissen wir nicht. Aber es ist das, was momentan gedacht wird und in welche Richtung das Ganze läuft. Gucken wir uns die Bibel an, die profitiert der Bibel. auch die sagt etwas darüber. Wenn die Deutschen etwas über die Zukunft wissen wollen, dann googeln die meisten bei Nostradamus. Es war ein, der lebte im 16. Jahrhundert, er ist in Salon in Südfrankreich gestorben, er war ein Pestarzt, Astrologe und Prophet, hat Voraussagen gemacht, bis ins Jahr 3797. Ich glaube, so lange werden wir alle nicht mehr leben. Uns 45 Prozent der Deutschen halten Nostradamus für einen echten Propheten. Ich habe mich mal damit beschäftigt, ich habe einige Voraussagen mal von ihm gesehen, ich bin da ein bisschen im Zweifel. Ich glaube, es gibt bessere Dinge, bessere Zukunftsvoraussagen. Und zwar habe ich die in der Bibel gefunden. Und zwar in der Bibel haben wir Prophezeiungen, wo Gott Dinge vorausgesagt hat, wo wir sehen können, die genau eingetroffen sind. Wir können sehen, dass die damals gemacht worden sind, vor 2500 Jahren. Wir können sehen, was sich zwischendurch entwickelt hat. Wir können genau sehen, wo wir heute stehen. Und das Interessanteste ist, wir können auch sehen, was von jetzt an in der Zukunft noch kommt. Und weil alles bis jetzt eingetroffen ist, die ganzen 2500 Jahre Geschichte, glaube ich, dass die Dinge, die danach gesagt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es auch kommt, doch sehr hoch ist. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Gott sagt in Jesaja 46, Vers 49 und Vers 10, Ich bin der einzig wahre Gott. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündigte ich die ferne Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Gott sagt, ich kenne die Zukunft und ich sage sie euch. Deswegen die Prophetie, die sich erfüllt hat, ist ein Beweis, dass es einen allwissenden Gott gibt. Die Prophetie ist ein Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott in der Bibel es gesagt hat und das zu uns spricht. Die Prophetie erklärt die Vergangenheit und sagt die Zukunft voraus. Die Prophetie offenbart uns Gottes Erlösungsplan. Daniel 2, wir wollen uns heute Abend anschauen, das ist das einfachste Kapitel. Es gibt mehrere schwierige, die danach kommen noch, aber Daniel 2 ist ein Kapitel, wo wir die ganze Weltgeschichte vorausgesagt haben. Dieses Standbild hängt damit zusammen. Das ist der Traum vom König Nebukadnezar und der König Nebukadnezar war der Herrscher des Neubablonischen Reiches von 604 bis 562 v. Chr. Und aufgeschrieben in der Bibel, wenn Sie eine Bibel zu Hause haben, lade ich Sie ein, heute Abend mal aufzuschlagen, Daniel Kapitel 2 und das mal zu lesen. Die wichtigsten Dinge werde ich hier auch jetzt heute Abend, heute Nachmittag schon an die Wand werfen. Was geschah? Daniel sagt zum König, du König, dachtest auf deinem Bett, was der einst geschehen würde und der, der Geheimnisse offenbart, nämlich Gott, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Das heißt, am Abend vorher hat der König über die Zukunft nachgedacht. Was wird kommen, wenn ich mal gestorben bin? Was wird geschehen in der Zukunft? Und Daniel sagt, Gott hat dir geantwortet. Und zwar heißt es dann in Daniel 2, 1-4, im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt. Der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Das heißt, der König hat geträumt und er lässt alle seine Weisen und Gelehrten kommen. Das waren damals kluge Leute gewesen. Und sagt jetzt, sagt mir den Traum. Natürlich können sie das nicht. Denn wer weiß denn, was der andere geträumt hat? Wissen Sie, was ich letzte Nacht geträumt habe? Ich weiß auch nicht, was Sie geträumt haben. Weiß keiner. Wussten Sie also auch nicht? Also standen Sie jetzt da und sagten, wissen wir nicht. Und jetzt wird der König böse. Und es gibt hin und her zwischen diesen beiden Gruppen. Schließlich hat Gott dem Daniel, einem jüdischen Propheten, diesen Traum offenbart. Und der Daniel hat diesen Traum dann dem König gesagt und der König hat gesagt, jawohl, das war's. Und was ist der Traum? Hier ist der Traum. Daniel sagt zum König, Daniel 2, Vers 31 bis 35, Du, König, hattest einen Traum. Und sie, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupte dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Da saßt du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Er traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Das war der Traum. Gut, natürlich ist das, was er gesehen hat, dieses Standbild mit den verschiedenen Metallen, das ist natürlich symbolisch. Denn einfach nur so ein Standbild zu haben, das würde ja keinen Sinn machen. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das? Das Problem ist jetzt, dass bei der Symbolik viele Ausleger sich kluge Gedanken machen und jeder hat seine eigenen Gedanken und jeder hat was anderes. Und dann fragen wir uns, welche Auslegung ist jetzt richtig? Die oder die oder die? Deswegen gibt es einen Prinzip, einen Grundsatz. Wenn wir Prophetie in der Bibel auslegen wollen, dann lautet der Grundsatz, die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, wir müssen in der Bibel einen Bibeltext finden, der das Symbol, was dort steht, entschlüsselt. Manchmal muss man lange suchen, irgendwo in der Bibel. Hier haben wir es ganz einfach. Warum? Weil der Schlüssel gleich dabei steht. Der Daniel erklärt dem König nicht nur das Bild, sondern auch die Bedeutung. Also es ist einfach. Also lesen wir weiter, dann sehen wir, was es bedeutet. Also hier nochmal der Traum, was er gesehen hat, das Standbild, Kopf aus Gold, Brust aus Silber, Hüfte aus Kupfer, Beine aus Eisen, die Füße aus Eisen und Ton gemischt und dann kam ein Stein herunter, der hat das Bild an den Füßen getroffen, hat das ganze Bild umgeworfen und der Stein ist selber groß geworden und hat am Ende die ganze Welt gefüllt. Was ist die Bedeutung? Verse 36 bis 38, das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen, Du König bist ein König aller Könige, dem Gott, der Gott des Himmels, Himmelrein, Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Ist das einfach? Ist das klar verständlich? Natürlich. Der Daniel sagt zum König, die verschiedenen Metalle sind verschiedene Reiche, Weltreiche, denn er sagt, Du bist der Genige, der über alle Länder herrscht. Also geht es um Weltreiche. Und das Haupt, sagt er, bist Du, König Nebukadnezar. Das heißt, die Deutung, Du bist das goldene Haupt. Das Reich Babylon, 605 bis 539 vor Christus, stellte das goldene Haupt dar. Und dann geht es weiter. Hier sehen wir noch ein Bild von Babylon, vom alten Babylon. Hier in Berlin können wir im Pergamann-Museum dieses Ischda-Tor sehen und auch die Prachtstraße, die von dem alten Babylon noch übrig sind. Also man kann das archäologisch alles genau sehen und nachvollziehen, dass das auch wirklich damals das Weltreich gewesen ist. Daniel sagt weiter, Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, das geringer ist als deins. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Hier haben wir gleich die nächsten beiden Reiche. Und zwar, er sagt, nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen. Und jetzt müssen wir in die Geschichte gehen. Muss man einfach mal bei Google nachgucken oder in die Geschichtsbücher nachschauen. Welches Weltreich kam nach Babylon? Medo-Persien. Doppelreich Medo-Persien. 5,39 bis 3,39 vor Christus. Wir haben sogar in der Bibel in Daniel 8 das sogar auch genannt, dass danach Medo-Persien gekommen ist. In weiteren Kapiteln vom Buch Daniel. Und zwar, Daniel 5,25 finden wir auch diese Geschichte, wo Belsatzer, ein Nachfahre von Nebuchadnezzar, König war und dann die Schrift an der Wand erschien, Mene, Mene, Tekel-Upa-Sin und der Daniel ihm das gedeutet hat und gesagt, in dieser Nacht jetzt wirst du dein Königreich verlieren und die Medo-Perser werden das Reich übernehmen. Und so war es auch, das war am 12. Oktober 5,39 vor Christus, da haben die Medo-Perser das babylonische Reich erobert. Sie haben einen Kriegsdienst angewandt, sie haben eine Euphrat austrocknen lassen, umgeleitet, sind unter der Mauer hindurch hinein in die Stadt gegangen und drinnen war ein Tor offen, denn drinnen war auch Mauern, die auch befestigt waren, aber ein Tor war offen und da sind sie hineingegangen, haben die Tore geöffnet, sind reinmarschiert und haben dann ohne einen Schwertstreich Babylon erobert. Könnte man noch viel darüber erzählen, das ist sehr spannend, die ganzen Geschichten von den ganzen Weltreichen, was alles so abgelaufen ist, aber ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Also es geht hier auch wieder um Weltmächte. Natürlich nicht über die ganze Welt und China und Australien dazu, das war damals noch nicht im Blickfeld der Menschen, sondern in dem Bereich, wo damals Menschen wohnten und Handel trieben. Was kam nach Medo-Persien? Griechenland. 331 bis 168 vor Christus war das griechische große Reich und der erste große König, der Griechenland groß gemacht hat, war Alexander der Große. Und er hat erstmal Griechenland und Mazedonien vereint, die lange immer im Krieg gegeneinander waren und hat dann mit den griechischen Heeren die Medan-Perser besiegt. Da gab es mehrere große Schlachten, 331, Schlacht von Abela und so weiter, die hier auch zu erwähnen sind, wo sie die Perser besiegt haben. Gut, und dann kommt das vierte Reich. Daniel 2, Vers 40. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zerschlägt und zermalmt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Hier haben wir übrigens zum ersten Mal auch das Merkmal des Reiches mit dem Metall verbunden, weil das Eisen stark ist und Eisen alles zerbrechen kann, so ist auch dieses Reich, was alles zerbrochen hat und andere Länder unterdrückt hat. Und jetzt müssen wir uns nur fragen, was kam nach Griechenland? Als die griechischen, die ja doch in Reiche immer schwächer wurden, kam dann das römische Reich auf. 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Und das römische Reich war wirklich, wie es hier beschrieben war, es war hart. Es hat andere erobert und zerschlagen und es hat die Leute auf die Galerien geschickt, die haben die Leute gekreuzigt. Es war wirklich das härteste, das grausamste Reich von diesem Ganzen. Und auch in der Zeit, wo die Römer waren, hier sehen wir das Kolosseum von Rom, Kaiser Augustus hat es auch aufrichten lassen. Er hat übrigens Rom zu einer großen Blüte gebracht. Und auch zu seiner Zeit kam Jesus Christus auf diese Welt und unter römischen Herrschaft ist er auch gekreuzigt worden. Denn die Römer haben die Kreuzigung gehabt, die Juden nicht. Und von daher war auch das die Zeit, wo Jesus hier auf diese Welt gekommen ist, um für die Menschen zu leben und auch sein Leben am Kreuz zu geben. Warum wir auch als Christen, ja auch, Jesus Christus, ihm folgen und auch deswegen auch den Namen haben. Ja, so haben wir also diese vier Weltreiche, Babylon, Mitte Persien, Griechenland, Rom. und die sind genau eingetroffen, wie es in dem Standbild vorausgesagt ist. Und dann sagt der Daniel, nach dem vierten Weltreich kommt kein Weltreich mehr, sondern starke und schwache Reiche nebeneinander, Eisen und Ton. Vers 41 bis 43. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens härter darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes, zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt bedeutet, sie werden sich zwar durch heiraten, durch Bündnisse steht im Grundtext, miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Also was sagt der Daniel zum König? Dann kommt kein Weltreich mehr, sondern Eisen und Ton, stark und schwache Reiche nebeneinander, ein zerteiltes Reich. Und das kam eben nach 476 nach Christus. Bis heute ist es noch, dieses Reich. Verschiedene haben versucht, ein Weltreich aufzurichten, Napoleon und Hitler und andere, aber es hat nicht funktioniert. Wir haben übrigens kein neues Metall. Wir hatten bis jetzt vier Metalle, Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Normalerweise würden wir jetzt erwarten, es kommt noch ein Metall danach, aber es kommt der Ton. Und der Ton ist ein ganz anderes Material. Und in Jeremia 18, Vers 6, die Bibel legt sich selber aus, da steht, was Ton bedeutet. Übrigens im Grundtext steht hier in Daniel 2, Töpferton. Und in Jeremia 18, Vers 6, wird der Töpferton beschrieben, nämlich, da sagt Gott, durch den Jeremia, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr, siehe wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Hier sagt Gott, ich bin der Töpfer und ihr seid der Ton. Wer ist der Ton? Gottes Volk. Damals das Volk Israel. So sind also die Metalle weltliche, politische Reiche und der Ton ist auf der religiösen Ebene, ein religiöses System. Eisenmetall ist die staatliche Macht und der Ton ist eine religiöse Macht. Und so war es ja auch, dass nach dem Römischen Reich kein Weltreich mehr da war, sondern es war eine Mischung, ein Kämpfen zwischen der Kirche und dem Staat. Also hier haben wir die religiös-politische Macht im Mittelalter, die Kirche, die hier auch politische Macht bekommen hat und sogar über die Könige und über die Kaiser teilweise geherrscht hat. Hier haben wir ein Zitat von einem Buch, von einer Autorin, die sehr interessant ist. Da sagt sie, wir haben die Zeit erreicht, in der Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, in dem Eisen mit schlammigen Tonen vermengt war. Diese Vermengung von Kirche und Staat wird durch die Vermengung von Eisen und Tonen dargestellt. Also Kirche und Staat waren jetzt hier im Mittelalter und darüber hinaus vorherrschend. Wir haben hier vier Verse beschrieben, die alle verschiedene Bedeutungen haben. Und zwar, wir haben zuerst die Füße und Zehen, Vers 41, dann gehen wir einen Schritt weiter zu den Zehen, nur noch die Zehen, dadurch sehen wir, dass es auch zeitlich einen Schritt weiter geht. Denn das Material ist bei allen Vieren Eisen und Ton und die Bedeutung ist natürlich, wie wir gerade gesehen haben, Eisen ist Staat und Ton die Kirche, Staat und Kirche. Aber die Beschreibung, die ist bei jedem Vers anders. Vers 41 sagt, es wird zerteilt sein. Eigentlich steht hier, es wird gespalten sein. Nämlich gespalten in Eisen und Ton. Bezieht sich also auf das Material, Eisen und Ton und damit auf Staat und Kirche. Und da steht hier sogar dabei, es wird nur ein bisschen Eisen dabei bleiben. Also mit anderen Worten, der Ton ist in dem Moment mehr. Der Ton ist die Kirche und die war auch im Mittelalter stärker. Es gab immer ein Tauziehen zwischen Staat und Kirche, aber meistens war die Kirche stärker, so wie hier auch steht, dass der Ton in der Mehrheit war. Vers 42 sagt, es wird teils stark, teils schwach sein. Und zwar bezogen worauf? Auf Eisen und Ton. Weil Eisen und Ton stark und schwach sind. Eisen ist ein starkes Material, Ton ein schwaches Material. Ist auch das Reich? Stark und schwach. Also von der Beschaffenheit der Materialien abgeleitet, stark und schwach. Bezieht sich also auf Eisen und Ton, Staat und Kirche. Dann kommt Vers 43, da steht, es wird vermischt sein. Es wird versuchen zusammenzukleben. Wer wird versuchen zusammenzugehen? Eisen und Ton. Aber es hält nicht auf Dauer. Es erfällt wieder. Vermischung also von Eisen und Ton, Staat und Kirche. Und Vers 44 sagt am Ende, sie werden zerstört. Und hier haben wir jetzt die ganze Zeit beschrieben von dem römischen Reich, was zu Ende ging, bis heute. Und darüber hinaus. Schauen wir uns das mal an. Nämlich Vers 41, es wird zerteilt sein, ist die Zeit von 538, wo das Papstum Macht bekam und politische Macht bekam. Bis 1798 war diese Zeit, wo Kirche und Staat um die Macht gegrungen haben. Und dann kommt Vers 42, da steht, stark und schwach. Nämlich, dass der Staat stark wurde und die Kirche schwach wurde. Wann wurde die Kirche schwach? 1798. 1798 war der Zeitpunkt, wo der General von Napoleon, der General Berthier, in den Vatikan eingedrungen ist und den Papst, Pius VI, gefangen genommen hat und der in der Verbannung gestorben ist. Also, es war dann mit der Kirche aus. Es gab dann keine Kirche mehr. Einige Jahre lang. Das Papstum war zu Ende. Die politische Macht war zu Ende. Das war genau, wie Vers 42 jetzt sagt, dass der Ton, die Kirche, schwach wird. Und dann kommt Vers 43 und da sind wir heute. Sie beiden vermischen sich. Eisen und Ton vermischen sich. In welchem Ziel? Worum geht es in Daniel 2? Es geht um Weltherrschaft. Um die Weltmacht. Kirche und Staat vermischen sich mit dem Ziel, eine Weltherrschaft aufzurichten. Das bedeutet, dass die Staaten untereinander Bündnisse machen und die Staaten mit der religiösen Ebene Bündnisse machen, um eine Weltherrschaft aufzurichten. Wir haben hier also eine Art, wir haben hier drei Merkmale in diesem letzten Vers, nämlich den Ton, die religiöse Macht, das Eisen, die staatliche Macht und es geht um weltweite Macht. Und das ist genau das, was heute geschieht, worüber wir im ersten Teil von heute Abend gesprochen haben, dass nämlich ein neues System entsteht, eine Art religiös-politische Weltregierung. Das sagt Gott voraus. Und weil alles schon vorher geschehen ist, nämlich Babylon, Mitte Persien, Griechenland, Rom und im Mittelalter, glaube ich, dass das Letzte sich auch erfüllen wird und sich gerade vor unseren Augen erfüllt. Gold, Babylon, Silber, Mitte Persien, Kupfer, Griechenland, Eisen, Rom, das zerteilte Reich, Eisen und Ton. Und was kommt dann? Dann kommt der Stein. Was ist der Stein? Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Könige die Reiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, da ist ein Stein, ohne Zutun von Menschenhänden, der runtergekommen ist, der Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Gott sagt die Zukunft voraus. Und Gott sagt nicht, dass die Welt irgendwann im Chaos enden wird. Er sagt nicht, dass die Menschen sich selbst zerstören werden. Was sagt Gott? Der Stein kommt von außen und er trifft das Bild, wo? An den Füßen. Nämlich zu der Zeit, wo wir heute leben. Das heißt, dieser Stein ist das ewige Reich Gottes. Und wann wird Gottes ewiges Reich aufgerichtet werden? Im Neuen Testament lesen wir davon. Das, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Jesus hat gesagt, ich werde in den Himmel gehen, zum Vater, und ich werde wiederkommen auf diese Welt. Und dann wird Gott sein Reich aufrichten. Jesu Wiederkunft. Deswegen glaube ich, dass Jesus Christus in den Tagen, in denen wir heute leben, in unserer Zeit, wo man das heute versucht, durch Bündnisse ein Weltreich aufzurichten, Jesus wiederkommen wird. Und das glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Menschen sich selbst vernichten, sondern dass Gott ein Ende machen wird und dass Gott ein neues Reich schaffen wird. ein Reich, wo Gerechtigkeit wohnt, wo es wieder ein neues Paradies gibt, wie Gott es am Anfang auch gedacht hat, als er die Menschen gemacht hat. Ein Paradies, wo es ein Leben gibt ohne Sünde, ohne Tod, ohne Leid, ohne Geschrei. Ein ewiges Leben mit Gott. Dafür kommt Jesus wieder auf diese Erde, um dieses neue Reich aufzurichten. Und er sagt uns das, damit wir auch Teil dieses Reiches sein können. Und wer kann Teil dieses Reiches sein? Da sagt Jesus, jeder, der mich angenommen hat, der Jesu Tod für sich in Anspruch genommen hat, darf dabei sein. Denn Jesus sagt, das Problem dieser Welt ist die Sünde. Die Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Die Sünde, die die Beziehungen zerstört. Die Sünde, die den Menschen selbst zerstört. Und die Sünde kann nur überwunden werden, dass jemand anders unsere Sünde getragen hat, Jesus Christus. Und wenn wir es annehmen für uns persönlich, dann sagt Jesus, dann dürfen wir mit ihm sein und mit ihm gehen, wenn er wiederkommt in Gottes ewiges Reich. Gott bietet das jedem Menschen an. Und jeder kann sich selbst frei dafür entscheiden. Gott kennt die Zukunft. Die Prophezeiungen der Bibel haben sich erfüllt und erfüllen sich noch jetzt vor unseren Augen. Vertrauen Sie Gottes Wort. Die Bibel kennt die Zukunft. Gott kennt die Zukunft und sagt sie durch die Bibel. Deswegen, Jesus liebt sie. Er wird bald wiederkommen. Er möchte die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Deshalb bietet er ihnen das ewige Leben an. Sagen Sie Ja zu ihm. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen zu Gott reden. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Großer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du existierst. Dass es dich gibt. Dass du die Zukunft kennst und dass du die Zukunft in der Bibel vorausgesagt hast. Wir können heute erkennen, dass das sich erfüllt hat über diese 2500 Jahre hinweg. Herr, und wir können sehen, dass heute vor unseren Augen die Welt sich verändert. Dass wir in einer Zeit leben, wo es Übergänge gibt und wo es Schwierigkeiten gibt und wo neue Dinge entstehen. Und du hast schon gesagt, was kommen wird. Aber das wird nicht das Ende sein, sondern du hast gesagt, dass Jesus Christus kommen wird. Herr, und wir danken dir, dass du dieses neue Reich aufrichten wirst. Dass du damit diesen ganzen Elend und dem Leid dieser Welt ein Ende machst. Und dass du kommst, um deine Kinder zum ewigen Leben zu führen. Herr, hilf, dass wir auch dabei sein können. Dass wir uns entscheiden können, dass wir auch mit dir leben möchten. Dass wir dich, deinen Tod, Herr Jesus, für unser Leben in Anspruch nehmen können. Herr, so segne du uns. Bleib du bei uns. In Jesu Namen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020